Herzlich willkommen zu unserem Mini-Retreat für besseren Schlaf in drei Minuten. Mein Name ist Sedi Schäfer und in dieser kurzen Meditation lade ich dich ganz herzlich dazu ein, dich von den Belastungen des Tages zu lösen und in eine tiefe Entspannung einzutauchen, um einen ruhigen und erholsamen Schlaf einzuleuten. Bereite dich darauf vor, alle Sorgen und Anspannungen der letzten Stunden loszulassen, während du dich auf eine wohltuende und erneuernde Reise einlässt. Finde nun eine bequeme Position. Du kannst dich entweder bequem hinsetzen oder hinlegen und schließe dann sanft deine Augen. Lege deine Hände entspannt auf den Bauch oder neben dich ab und beginne, deiner Atmung in Gedanken zu folgen. Atme ein und folge imaginär dem Luftstrom, der durch deine Nase einströmt und wir wieder langsam ausströmt durch den locker geöffneten Mund. Noch einmal tief einatmen durch die Nase, folge dem Luftstrom und aus durch den locker geöffneten Mund, ganz gern auch seufzen. Lasse den Kiefer dann los. Noch einmal tief ein durch die Nase und aus, mit oder ohne Seufzer durch den Mund. Lasse los. Nun stell dir vor, du bist an einem Strand am Meer. Die Sonne scheint und das Meer rauscht. Du beobachtest, wie die Wellen ganz langsam hin und her wiegen und du beginnst im gleichen langsamen Tempo mitzuatmen. Du atmest ein, die Welle bäumt sich auf und du atmest aus, die Welle bricht und läuft ganz langsam aus. Wie ein Regisseur der Wellen verlangsamst du nun diesen Prozess immer mehr. Du atmest ein und die Welle bäumt sich langsam, immer langsamer auf und du atmest aus und sie bricht. Mit dem Ausatmen läuft sie langsam, immer langsamer aus bis zur absoluten Stille. Noch einmal ein und werde immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer und aus, immer langsamer die Welle bricht. Läuft aus, 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 bis es still und ruhig wird. Lasse los. Spüre die Ruhe und Gelassenheit, die dieser Moment dir gibt und erlaube dir, dich von dieser friedlichen Atmosphäre umhüllen zu lassen. Spüre die sanften Tropfen der Wellen vielleicht auf deinem Gesicht und atme nun ganz entspannt und ohne Führung. Stell dir vor, wie sich dein Körper mit jeder Einatmung, mit Entspannung und Ruhe fühlt, während sich mit jeder Ausatmung alle Anspannungen und Sorgen einfach auflösen. Während du dich tiefer, immer tiefer, immer tiefer entspannst, spüre die Schwere in deinen Gliedern und wie sich dein Geist zunehmend beruhigt. Erlaube dir, in einen friedlichen und erholsamen Schlaf zu gleiten, voller Vertrauen in die Ruhe, die dich erwartet. Gute Nacht.